Happy New Year an alle da draußen! Willkommen zu einer neuen Runde von Call of Duty! Call of Duty! Ach, schon wieder, dass es mich befüllt. Ich verstehe das nicht. Das stimmt aber nicht. Ich habe noch 30% auf den Fall. Also ist es auch nicht wieder meine Map? Ja, weiter nicht. Ne, in meiner Map ist das auch nicht. Korrekt. Hat irgendjemand bei Active Visual? Ja? Ja, oder wer die Programmierer warnt? Wir landen im Hubschauer, warum ist da noch ne Frau bei? Ich dachte ich wär die Einzige Nee, du bist nicht die Kurtenfrau Na toll Wie der Herrschaft Ich wollte doch ganz sagen Ich guck nach euch nach B, komm Ich bin auch unterwegs nach B Ah, ist abgesichert Wir haben die Führung Der Feind hat Charlie Wir nehmen Bravo ein Wir haben das Zielobjekt Ach, von links wieder, ich krieg nen Affen Wie nen Affen, echt? Ja Wie willst du den denn zuhause halten? Da oben Der putzt sogar Haben Ah, von hinten Dirk von hinten Noch irgendwo einer Dirk doch jetzt, mein Gott Ist er tot, oder? Ja, der ist tot Ja, hat's ja gut gemacht Wieder einer Granate geht raus Wir verlieren A Seine Roma Schon wieder A Toll Ah ah ah, ich mach die Web E nicht Ah ah ah, ich mach die Web E nicht Nicht nur a Ah 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 ah, ich mach dich Denn ich bin auch dann � Weil es zuhause wird, wenn es zuhause ist Spacke mich eh nicht 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 Roni, wo läufst du lang? Ich dachte, wir könnten ihn jetzt in die Zange nehmen. Ich bin C1. Ja, hat mich. Ich hatte einer, Roni. Ja, ja, ist passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist zu krass dafür. Danke, danke. Ich gesehen habe, wie du bei C2 abgegangen bist. Das ist ein Traum. Ich habe gedacht, das ist ein anderer, der das spielt. Ja, hast du das doch spielen lassen, habe ich gedacht. Ja, ja, und du hattest recht. Ich habe einen aus der Liga hier einfliegen lassen, weißt du? Ja, so krass war es jetzt auch nicht. B wird die B. Ah, scheiße, da kommt einer auf A zu. Habe ich einen. Von welcher Seite denn? Äh, rechts. Ja, da kann ich nicht. Ich springe gerade am Ruckel. Ja, und Internet lag. Ja. Ich habe Internet kaputt gemacht. Oh, echt? Dann machen wir einen Neustart. Spionageflugzeug über euch in Position. Okay, cool. Wir erobern B. Cut mich. Auf den Fluss kommt einer. Weiß ich da sogar. Nilpferd kommt da. Nilpferd auf den Fluss. Das Fluss fährt, f*** dich. Oh, war ich schon wieder. Das will nicht mehr, das Spiel. Boah, habe ich den ganzen Tag das Ziel auf den Kopf geschossen gerade. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich. Ich spiele das noch kaputt. Ja, wollte ich gerade sagen. Wer und einer hast kaputt gemacht. Ich habe keinen Bock mehr auf Deutsche. Best. Wir sind raus. Wer hat denn den Server kaputt gemacht? Du warst der Server, Doc. Party verlassen. Wege. Fehler. Horst. 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 Wir haben den Horst verloren. Horst verloren. Also 50 Schussmagazin gibt es auf jeden Fall auch schon mal, habe ich gesehen. Da bin ich jedenfalls wieder. Da ist der... Da ist der Dirk und der Ronny ist auch dabei. Genau. Seid alle dabei? Ich glaube, wie fühlt sich das an, nur noch zwei Tage arbeiten zu müssen? Was meinst du damit? Entspannt, ne? Tiefenentspannt. Und ich weiß, ich weiß ja, was ich noch machen muss. Was musst du ja machen? Also toll ist das nicht. Der Klo da, da machen und so. Das ist doch Betriebsurlaub, hat Oli ja heute lang gesagt. Ah, okay. Hat er das nicht gesagt? Habe ich aber nichts von mitgekriegt. Natürlich hat er doch gesagt. Ja, ja. Hat er gesagt. Wem warten wir? Ich weiß nicht, seid ihr alle drin? Ne. Ne, der Flo nicht. Flo? Ah ja. Ja. Ah, aber er ist da. Ja. Kurz eingeschlafen. Was ist denn los hier? Ja, morgen. Okay, beschleuniger ist weg. Wer ist am beschleunigen? Oh, ein Tier. Irgendein Tier ist am beschleunigen. Das muss schon krass sein. Ich suche. Was suchst du? Weiß ich noch nicht. Meine Unschuld. Ach, die erste Lohn. Was soll das denn heißen? Ja, ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Ja, drei Kinder. Ja. Da weiß ich nicht, wie du die Unschuld wieder zurückkriegst. Das darf doch nicht verraten. Ich weiß auch, dass das andere, äh, das Trommelmagazin in diesem guten Ding. Ja, ich habe auch ein gutes Ding. Warum Trommelmagazin? Warum auch Trommelmagazin? Da trommelt das Magazin und fragt nicht, wie das trommeln kann. Jetzt müssen wir mal wieder Duke Newton spielen. Das ist aber ätzend auf der kleinen Map. Das geht voll ab. Das geht extrem ab, ja. Man muss nur wissen, wie du läufst. Ja, die ganze Zeit im Kreis. Wo? Ach, wer? Ja, im Haus. Wieso fragt ihr mich wo? Im Haus. Im Haus. Das hört sich an wie ein kleines Kind, nicht wie ein Weib. Oh, nee. Echt? War das ein kleines Kind? Du, für uns Belgier ist das eh alles dasselbe. Echt? Jetzt. Also ich habe es, äh, sie, r, s, äh, genutet. Sie, r, s, ja. Ich habe auch alle genutet. Weil die quatschen immer so viel. Da versteht man kein Wort, ne? Und man hört ja auch die Gegner nicht kommen dann, ne? Äh, die hörst du ja in-game gar nicht. Doch. Nein. Klar. Klar, dass die Gegner kommen. Natürlich. Die stöhnen doch vorher. Ah, fuck. Fuck so dack. Happy Holidays. Räufig für die Karte jetzt aber schön mit dieser Weihnachtsdeko. Ja? Ja. Ist ja, äh, romantisch. Äh. Komm, eine romantische Sache. Abschluss verstetigt. Bisschen, bisschen, äh, Feiertagsstimmung auf beim Shootern. Wobei, es ist ja heute nur Jahr. Ach komm, oben im Fenster, du Hurensohn. Ah, bin ich schon wieder abgestürzt und ihr seid im Spiel. Nee, ist ja super. Bist du hier rausgeflogen, oder, Froggy? Ja, ja, ich bin wieder rausgeflogen. Der ist wieder am Ladebildschirm hängen geblieben. Baaah, wo ich gerade den dir um den Fenster hole. Und dann breche ich mal kurz die Aufnahme und gebe was zu trinken, Voli. Baaat.